Bis Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir haben heute eine Spezial-Edition. Wir sind in der Totos Pizzeria und werden die 1 Meter Pizza Challenge von der Totos Pizzeria angehen. So, das ist dein Laub, du bist der Laub. Erklär mal, was die 1 Meter Pizza Challenge ist. Die 1 Meter Pizza Challenge ist, habe ich erfunden, da habe ich mir gedacht, wer schafft die 1 Meter. Weil ich habe sie nie geschafft und meine Kollegen haben sie nicht geschafft und viele Hunden haben sie auch nicht geschafft. Einmal, als wir die Challenge gar nicht einmal hatten, wir haben das halt probieren wollen. Und so ist die Challenge dann entstanden. Also der Teig ist 1,5. 1,5 Kilo, so als Teiggewicht, oder? 800 Gramm, genau. 800 Gramm mehr. Dann ist noch der Belag oben, also wir kommen auf die lockere 3 Kilo. Okay, und dann gibt es noch Regeln, gell? Wir haben noch Regeln. Es wird nicht gekotzt, dann wird disqualifiziert. Dann wird nicht umgekippt, was auch schon mal passiert ist. Gekotzt, umgekippt, also... Okay, also wenn man in Ohnmacht fällt, ist auch disqualifiziert. Nicht aufs WC gehen. Was mich noch interessieren würde, hat es schon mal irgendjemand geschafft? Nein, es hat keiner geschafft. Deswegen haben wir auf den Aufpreis, es war ja früher nur die Pizza Bär gratis gewesen. Jetzt haben wir es gemacht, dass 500 Euro Cash in die Hand gelegt wird. 500 Euro, wer es schafft? Genau, kein Gutschein, kein nichts, 500 Euro Cash. Okay, dann müsst ihr euch ja sehr sicher sein, dass man es nicht schafft, oder? Ja, also... Es muss alles geben heute. Viel Spaß, viel Glück. Danke. Okay, ich brauche mich auf die Pizzen, dann sind wir mit dem Spaß heute, ganz richtig. Komm an, wir haben das halbe Fitnessstudio mit dabei. Ich habe einen Mann, der mit mir heute die Pizza essen wird. Servus, Junio. Alles geht. Glaubst du, du schaffst es? Ich bin der festen Überzeugung, dass ich es schaffe, sonst wäre ich nicht hier. Ich versuche sehr taktisch zu arbeiten. Schauen wir mal. Was ist deine Taktik? Der Rand wird zuerst verspeist, den hasse ich, und dann kommt die schöne saftige Mitte. Hast du die Regeln schon gehört? Ja, dann magst du eine Stunde und darfst nicht aufs Klo. Du darfst nicht aufs Klo, nicht keine Stunde, darfst du nicht übergeben, nicht in Ohn nach vorne. Ich übergebe mal wie nur von Alkohol. Bis dahin, Freunde, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben für Pizza. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und jetzt viel Spaß mit der 1-Meter-Pizza-Challenge bei Totos. Are you ready? Ready, ready. So, this is the meat, right? Yeah, yeah. So, this is what we gotta eat. Freunde, das sieht auf jeden Fall massiv aus und erwartet schon eine gute Ladung Gemüse. Also ihr seht, das ist auf jeden Fall ein massives Ding und der klatscht da auch massiv Käse drauf. Da kommt bei euch schon ordentlich viel Gemüse. Du hast nur Wettstüppel, gell? Ja, man. Strategie ist das auch hoch. Basti, was geht? Alles gut? Alles wunderbar, wunderbar. Das ist der Georgi. Alles gut. Du nimmst nicht teil, warum machst du nicht mit? Weil ich nicht zu einer Maschine bin, das ist ja Essensverschwendung. Du musst ja essen, um eine Maschine zu werden. Das stimmt, aber ich habe ja schon eine gewisse Masse, die ich aufgebaut habe, würde ich mal bei einem. Ja, ha, ha, nix weg, was? Alter, ist das krass. Nächstes Mal kommst du nicht davon. Wird's eigentlich mitmachen können. Ich hab extra zu Hause gegessen. Nice. Hast du den Challenge probiert? Hast du es probiert? Ja, ich habe es probiert. Mehr Leute probieren, aber ich habe es probiert. Bodybuilder probiert. Bodybuilder probiert? Ja, drei Balls. Okay, sit down. Es geht in. Wow, das ist es. Take me to plan. Oh. Awesome. Was ist das? Das ist der Meter, Leute. Werden wir es schaffen, oder werden wir es nicht schaffen? Das ist schon die nächste. Meine ist drin. Größer als ich. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Ich dachte, sie ist größer, Alter. Das ist ja Vorspeise für dich. Wow, schauen wir mal. Hey, ist das hier zu rum? Oh, Alter. Das ist ein Chiller. Geh mal. So. Was? Ist du bereit? Sehr geil. Ja, Mann, ich kann es kommen, warten. Wie, 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 wie? Bigi, du kannst dann, wenn ich aufgebe, du gibst dir keine, du gibst nicht drauf. Du schaffst das. Was überhaupt, es gibt kein Aufgeben. Warum, 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 warum? Okay. Also, vor einem Jiu-Jitsu-Turnier rufen meine Frauen die nie ab. Bleib dir nicht ab. Ja. Seid ihr bereit? Es geht los. Brauch. Eine Stunde. Meidzeit. 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 Bei mir ist es noch ein bisschen heißen. Körper mit dem Rand. Alter, richtig gut. Sieht alles gut? Nein. Gut. Und ganz genüsslich vorgehen. Das Problem ist, ich kann nie genüsslich essen. Ich hoffe. Ich schlinge immer. Und deswegen bestelle ich viel, damit ich lange genießen kann. Gleiche Zeit, doppelt so viel essen. Ich habe zur Hälfte Gemüse. Zur Hälfte Bufana. Toni erachtet auf seine Diät. Das ist die gesunde Option. Ich achte auf meine Ballaststoffe. Top. Ich dachte, das ist für die 500 Euro, weil sie es in Zehnern liefert. Was ist deine Strategie? Einmal essen. Einfach essen, okay. Ja. Einfach essen. Derzeitiger Status? Zu deinem Weg. Hopp. Ein Teil ist zu groß in einer normalen Pizza, dass es so viel drauf hat. Und die wissen schon, wie sie es machen. Normalerweise verscheißen sie immer und sich eben zu wenig Belag drauf. Und heute ballern sie den Käse drauf, als gäbe es keinen Morgen. Das ist gleiche Nummer 3, diesmal Gemüse. Du wolltest abwechselnd werden bringen, hm? Mhm. Das war der Kopf. Hat er mir empfohlen? Da ist noch ein Challenger. Der wird auch gleich. Ich bin gespannt. Ja, ich bin beim vierten Stück. Wir schauen nachher mal vorbei bei euch. Okay, der jetzt hätte ich gestaunt ist. Viertes Stück. Die Ränder werden uns killen. Und du? Also ich bin zuversichtlich, dass er es schafft. Aber ich glaube, die Zeit für das allergrößte Problem. Weil wir haben jetzt schon sicherlich ein Drittel der Zeit schon weg, würde ich meinen. Und es ist noch nicht dann ein Drittel der Pizza weg. Das macht dir richtig. Das stimmt nicht. Entschuldigung, kann ich bitte ein Glas haben? Das ist die Taktik, das ist die Taktik. Ein bisschen ekelhaft dabei. Tränen rollen. Ja, natürlich schon alles. Ich habe noch einen anderen Wettkämpfer. Glaubst du, du schaffst das? Keine Chance. Keine Chance? Ich weiß, keiner wird es schaffen. Nein? Bereit. Wirklich? Sicher. Gut? Ja. Viel Glück auf jeden Fall. Und was sagst du? Sie sind mental. Sie sind mental. Er muss das machen. Ich bin zuversichtlich. Nein, nein, nein. Nicht zeigen. Das macht einen riesigen Unterschied. Nur einmal für frei. Du kannst den Rand trinken. Oder? Ja. Du kannst den Rand trinken. wieder das Innere dazukommen. Die Hälfte der Zeit ist schon fast so, glaube ich. Ja, du wachst noch. Nein, noch nicht ganz. Konzentriert bleiben. Wieder alles. Ich habe es nicht versucht. Ich habe es selber nie gewesen. Ich tue mir das nicht dran. Ich tue mir das nicht dran. Ich bin schon am schwitzen gewesen. Sonst 500 Euro. 500, 500 Tausend. Ich kann nicht zusperren. Naja. Wie läuft's beginnt? Klasse, oder? Das ist schon voll. Mein Bauch. Wer hat dein Auge auf dich gewöhnt? Mann. Du bist nicht fair, oder? Nein, nein. Ihr seid nicht fair. Ja. Bravo. Ihr seid nicht fair. Das ist hier wie bei den Hütchenspielern auf meiner Hilfestraße. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? 1, 2, 3. Du kannst nicht gewinnen. Da ist Sand im Teig. Ihr habt Sand im Teig, oder? Einer hat mal bestellt. Das war so ein komischer Typ. Und wo die Pizza ankam, hat er gesagt, wir gehören. Er hat gezahlt. Und das wird gewinnen. Es ist wie in meiner Competition. Meine Taktik ist, okay, ich pull guard. Ich mach ein Sweep. Ich geh in die Mauer, das ist in der Mitte. Und dann fang ich an mit einem Teig an. Dann werden wir die Taktik versaut. Noch einer. Sieht nicht gut aus, oder? Nein, Mann. Wie viele Stücke hast du so weg? Ich glaub drei sind es jetzt. Und ich hab noch einen großen Hunger. Ja, ich muss bedeckt. Ich halt mich bedeckt. Ja, ja. Also er kann schon die 500 Euro erholen. Ja, ja, ja. Sehr ambitionierter junger Mann würde ich mal meinen. Du schaust schon sehr voll aus. Sieht nicht so gut aus, Mann, ey. Du musst zumindest mehr schaffen als du. Okay. Schau mal. Ich hab schon ziemlich Hunger, ja. Alter, ich hoffe, du schaffst es. Wenigstens einer denen das Geld abnimmt. Jetzt hast du auch Hunger. Ich hab schon ziemlich Hunger, ja. Aber... Mann, das ist echt ein Beschiss. Bald macht es wirklich los. Das ist so viel Material oben. Ich fühl mich grad so wie die letzten 30 Sekunden mit dem Ali vorhin. Hahahaha. Hand mit Wasser. Drecka. Sie vertrauen in uns. Und jetzt können wir auch eine Strecke verschwingen zu lassen. Jetzt haben sie wieder links nach unten. Das schaut arg stabil aus. Easy. Easy, Mann. Macht gerade richtig. Jetzt bei der Hälfte der Pizza, bei wie vielen Minuten? 15? Bin ich bald bei der Hälfte. Also sollte gut sein. Der Typ ist, glaub ich, völlig krank. Also... Er ist der Paul Unterleitner. Der Pizza-Szene würde ich mal meinen. Vielleicht packt er's auch in einen Shake und trinkt's. Ob er eine Pizza einen Wetter-Shake. Also ganz ehrlich. Ich glaub, Luca ist in einer sehr schlechten Verfassung. Jetzt schaut es mir so gut aus. Schauen wir mal hin. Machst du das professionell, oder? Pizza essen. Mhm. Bett essen. Ja, ich esse nur eigentlich mal gerne. Das tun wir alle, aber... Mich habt ihr auch damit bekommen. Ich beende es offiziell. Meine Freunde, ihr könnt Mieter essen. Ich schaff's nicht mehr. Du bist schon. Du bist schon. Aber ja. Ich bin fast bei der Hälfte. Ja, Mann. Du hast Respekt. Bist du schon fertig? Ja, Freunde. Ich glaub, ich geb auch. Das hat keinen Sinn. Wir werden's nicht schaffen, dann. Kämpft. Was los? Was los. Was los. Hast du aufgegeben? Warum? Weil ich's nicht schaffe. Du bist hier jetzt offen. Obwohl ich die sehr fertig finde. Ja. Ja. Bist du enttäuscht? Ja. Ja. Ich dachte, vielleicht wär's irgendwie möglich gewesen. Aber das ist so viel Belag und so richtig dick zeigt. Die haben uns betrogen. Brauchen wir. Ja. Aber ja. Wie gesagt, wir haben uns auf jeden Fall betrogen. Da ist sehr viel oben. Und ich spore jeden heraus. Aus Wien. Kommt vorbei. Und ich komm nochmal mit euch mit, wenn ihr mitkommt. Wir versuchen's nochmal zusammen. Ansonsten gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, drückt auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns bald wieder, Freunde. Macht's gut. Peace. Da kommt schon das richtige Lied für dich. Was hast du gegessen? Das ist mehr als der Elfte. Sechs. Ich glaube, siehe oder acht Stück. Oh, zu gut. Gerne. Danke, du auch. Danke. Danke für alles. Ja. Danke euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann müsste Pizza ein bisschen kleiner werden. Ciao. Ciao.